Die IBC Solar AG aus Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels hat heute im Beisein zahlreicher Ehrengäste ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Photovoltaik-Spezialisten, ist weltweit tätig und beschäftigt 350 Mitarbeiter. Davon allein 210 am Stammsitz in Bad Staffelstein. Die IBC Solar AG plant und baut Photovoltaik-Kraftwerke und Solarparks. Im letzten Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz von fast 860 Millionen Euro erzielt.